Hallo zusammen, hier ist wieder der Eutschela und heute bin ich hier für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Chief-Wand-Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg beim ersten Boss in Uldir und zwar heißt der Fahrstuhlmusik und für diesen müssen wir Talog in Uldir auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem ihr alle Sphären der Harmonie aktiviert habt. Funktioniert das Ganze? Und zwar hauen wir erstmal Talog hier nach unten, bis die zweite Phase beginnt, also sprich diese Fahrstuhlphase. Normalerweise wollt ihr nicht von der Plattform hier fallen. In dem Fall wollen wir von der Plattform fallen, aber nur mit Klassen, die ihren Fall ein wenig dämpfen können. Und zwar müssen wir während dem Fall hier Kugeln aussammeln. Wir haben vier Kugeln und am einfachsten sammelt man die einfach mit einem DH auf. Ihr seht, das sind diese orangen Kugeln hier und ein DH kann einfach sein Gleiten anschmeißen. Wie ihr hier seht, der gleitet dann einfach in die Kugel rein und kann dann auf die anderen Seiten rüber rushen, weil sie sind ja auf verschiedenen Seiten verteilt und kann eigentlich mit einem DH, können alle Kugeln aufgesammelt werden. Solltet ihr keinen DH haben, wird es ein bisschen komplizierter, dann könnt ihr solche Eulen mit Flattern nutzen. Da müsst ihr aber genau wissen, wo die Kugeln sind. Ihr könnt Priester mit Levitieren buffen nutzen, Mages mit Federn, sowas geht alles. Aber tut euch einen Gefallen, holt euch einen DH, dann ist das hier ziemlich easy. Wir haben das auf den ersten Try gemacht. Der DH flitzt durch die vier Kugeln und die Sache ist gegessen. Also eigentlich ein sehr, sehr, sehr einfaches Achievement. Danach müsst ihr eigentlich nur noch warten, bis der Fahrstuhl runterkommt, der Boss wieder da ist und ihr dementsprechend den Boss einmal umbrezelt und dann habt ihr auch schon den Erfolg. Mehr ist es hier nicht. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende von dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich vielleicht ein wenig weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann könnt ihr mich selbstverständlich sehr gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao!